Das Datum, das es mit dem Rotstift im Kalender zu markieren gilt, ist der 22. April. Dann startet die nunmehr dritte Staffel der Reality-TV-Doku über das Leben von Davina Shakira, 20, und Shania Teire, 19, bei RTLZWI. Diesmal steht alles im Zeichen des Loslassens und Erwachsenwerdens. Nachdem die beiden Töchter von Robert, 60, und Carmen Geis, 58, ihr Abitur in der Tasche haben, werden sie flügge und verlassen das elterliche Nest. Unter anderem wird der Umzug in eine eigene Wohnung thematisiert, aber auch der Start ins Berufsleben und all das mit dem Ziel, Mama und Papa stolz zu machen. Doch wollen die Geis-Sprösslinge überhaupt die neu gegründete Immobilienfirma in Dubai übernehmen? Davina hatte zwar schon häufiger angedeutet, in die Fußstapfen ihres berühmt-berüchtigten Vaters treten zu wollen, mit der Wüstenmetropole ist die 20-Jährige bislang aber noch nicht wirklich warm geworden. Und Shania, ihr liegt vor allem die Kunst am Herzen, da kommt ein Kompliment des internationalen Künstlers Niklas Castello gerade recht. Gelingt es der 19-Jährigen, mit ihren Werken tatsächlich auch Geld zu verdienen? Als wäre all das nicht schon aufregend genug, wird es auch ein Wiedersehen mit ihren geliebten Großeltern geben. Die Geburtstage von Reinhold und Margret wollen natürlich standesgemäß zelebriert werden. Wer jetzt glaubt, in der neuen Staffel ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, der sieht sich getäuscht. Schlechte Presse und ungebetene Verehrer bringen die Geis-Töchter an ihre Grenzen. Und dann wäre da noch der Heiratsantrag für Davina. Nanu, bis dato galt die gebürtige Monigasin als Single, auch wenn zuletzt Gerüchte die Runde machten, die 20-Jährige könne eventuell mit dem Fußballstar Ismail Jakobs, 24, von der AS Monaco anbandeln.